so hallo leute das kommende video ist ein bisschen anders als die anderen videos die ihr von uns kennt diesmal sehr privates video und was will man sagen die china hatte letzte woche gefragt in die seelenwelt weil china ja papa so schlecht ging ob die seelen und die energien uns vielleicht sagen könnten ob der papa innerhalb der nächsten woche gehen wird nach hause gehen wird und die fragestellung bezog sich einfach nur auf ein ja oder nein was die sagen sollten wir hatten gewürfelt ihr seht das jetzt auch gleich und die antwort die da kam ja die schlägt eigentlich den boden aus dem fass aber endgültig für uns ist es ja schon lange klar dass diese energiewelt die seelenwelt mit uns kommunizieren kann und das auch macht und wenn ihr dann im weiteren verlauf dieses videos diese antwort sieht wer dann immer noch sagt dass es alles zufall ja dann ist es ist ein zufall für denjenigen aber da sind drei zufälle genaues sage ich dann noch mal nachdem die würfel gefallen sind ich werde an der stelle dann das video unterbrechen und euch da noch mal genau dazu sagen oder die china sagt je nachdem genau ja normalerweise würden wir so eine private fragerunde eigentlich gar nicht teilen oder online stellen aber dass es einfach so passend ist es ist absolut wahnsinn also es ist natürlich im bezug zu was was extrem scheiße ist aber es ist für uns so dass es eigentlich keinen besseren beweis noch gibt vor allem dass eben auch die sache mit den würfeln funktioniert und wir haben ja schon oft für andere private für zuschauer von uns und so weiter solche fragen gestellt die ihr eben nicht seht weil es privat ist und genau in solchen fragerunden die auch an enge angehörige gehen kommen die krassen antworten die man auch nachweisen kann ja und das ist jetzt unsere eigene geschichte sage ich mal aus der eigenen familie das können wir euch zeigen und das wollen wir euch auch zeigen genau dann wünschen wir euch jetzt ja spaß mit dem video wird es nicht werden aber wir wünschen euch ja dass ihr es vielleicht versteht ja also für die dies die da nicht daran glauben vielleicht versteht ihr was wir meinen wie gesagt wir halten das video dann an das dann werden wir noch mal was zu dem würfelbild explizit zu dem würfelbild weil das ist das wichtigste würfelbild was da gefallen ist dazu werden wir auf jeden fall noch mal was sagen den rest werden wir durchlaufen lassen dann da könnt ihr euch eure eigene meinung dann bilden ja also los geht's wir starten ins video so ihr lieben heute mal komplett außer der reihe und zwar aus der situation dass der papa ja im krankenhaus ist und es ihm sehr schlecht geht und ich auch vor kurzem diesen traum hatte den ich jetzt finde ja gerade auch erzählt hat wird mein papa in den nächsten tagen oder wochen nach hause gehen also nach oben nein das ist nicht und ja ist nicht tage danke oder wird er wird sein körper gesund und er kann wieder noch weiter bei bei mama sein und an seinem schiff bauen also er bleibt noch als mensch hier na na diese frage ich nicht so wirklich beantwortet dürft oder sollt. Ich bin ja nicht euer Chef, aber es wäre natürlich schön, wenn man sich so ein bisschen darauf vorbereiten könnte. Vielleicht können wir es wieder versuchen, so wie wir es damals mit der Wohnung gemacht haben. Ich frage einfach, ob es in einem gewissen Zeitpunkt ist und ihr antwortet bitte mit ja oder nein. Wird Papa im Laufe einer Woche nach oben gerufen? Es gibt ein Ja und ein Nein. Aber Nein ist ausgeschrieben. Nein ist ausgeschrieben. Ja geht nur über den Joker. Ich sehe aber hier die Zahlen neun. Das wäre ein bisschen mehr als eine Woche. Ja, vielleicht neun Wochen. Vielleicht fragt man mal jetzt direkt nach die neun Wochen, weil man das jetzt gelesen hat. Also warte mal, ich gucke noch schnell. Ja, wie gesagt, wir melden uns nochmal, oder ich melde mich, oder ja, wir melden uns nochmal, wenn die Würfel gefallen sind. Ihr habt gehört, die Gina hat die Frage gestellt, wird mein Papa innerhalb der nächsten Woche nach Hause geordert, gerufen, bestellt, wie auch immer. Also wird er uns verlassen. Und die Antwort, die wir persönlich da sehen oder als erstes gesehen haben, war nein, Komma in neun Tagen. Das ist schon mehr als genug, was man sehen kann. Dann ist uns aufgefallen, dass nein bleibt, Komma, aber kommt noch dazu. Aber in neun Tagen. Heute ist aktuell der Tag, wo Ginas Papa früh halb zwei gegangen ist. Also wir nehmen das Video auf am 16.10. Die Würfelrunde war am 7.10. Und es sind genau neun Tage. Und was in dem Würfelbild noch steht, was Gina auch heute erst entdeckt hat, es steht geschrieben Nein, Komma, aber in neun Tagen, Komma, Gina. Wir haben hier drei Sachen. Wir haben die genaue zeitliche Angabe. Die genaue zeitliche Angabe. Wir haben die Frage beantwortet, weil Gina sie gesagt hat, macht einfach ja oder nein. Nein. Und diese Frage wird erweitert, halt aber in neun Tagen. Also sprich, wir kriegen einen neuen Zeitpunkt gesetzt. Und der Fragesteller, in dem Fall Gina, wird direkt angesprochen. Und das sind drei Zufälle in einem Würfelbild mit 13 Würfeln. Und wer jetzt immer noch an Zufall glaubt und ja, okay, der darf das auch machen, um Gottes Willen. Wir wollen hier niemanden irgendwie dazu zwingen, ans Paranormale zu glauben oder dass es nach dem Tod weitergeht. Um Gottes Willen, das steht uns nicht zu. Aber vielleicht mal drüber nachdenken. Wie gesagt, wir teilen das Video hier mit euch, weil wir glauben, dass wir den einen oder anderen, gerade mit so einem Schicksalsschlag, wo es uns wirklich fernliegt, irgendwas zu faken oder nachzuhelfen. Und ihr seht, wie die Würfel fallen. Da ist nichts. Das kam so, das Bild. Genauso wie die ganzen anderen Bilder. Und wir haben die Datum, wann die Videos aufgenommen wurden. Wir hatten immer wirklich nur diese kleinen Videoschnipsel gemacht, weil die haben wir direkt zu Delete geschickt. Und nochmal ein Foto von dem Würfelbild, das seht ihr alles. Damit die Lieder auch rüber guckt, ob was sie sieht. Machen wir ja meistens so. Jetzt kommt noch der Rest vom Video und dann lasst ihr noch ein Dorn da und teilt das Video gerne und denkt einfach mal darüber nach. Ihr Lieben, wärt Papa in den nächsten vier Wochen, also dem nächsten Monat nach oben gerufen? Nein. Nein. Das ist eindeutig. Okay, ihr habt jetzt die Frage mit dem nach oben gehen zweimal mit Nein beantwortet. Gehe ich dann richtig davon aus, dass Papa wieder so weit gesund wird, dass er noch eine Weile hier auf der Erde mit uns zusammen im körperlichen Leben wird? Ja. Ja. Also, es ist erstes hier. Da meintet ihr mit, ähm, auf die Frage, ob das noch innerhalb einer Woche, woche passiert, mit nein und neun, meintet ihr neun Wochen? Ja. 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 Die ganzen Highlights-Bekundungen für die tröstenden Worte bedanken auf jeden Fall. Ja, Dankeschön, ihr Lieben. Ja, wir sehen uns demnächst neulich. Bis dahin, Leute. Und den Daumen lassen. Bye, bye. Bis bald. Bis bald.